Der Minibus rollt. Eine Spezialanfertigung der Barkaswerke Karl-Marx-Stadt. Kommen Sie mit auf eine kleine Stadtrundfahrt. Vorbei am Otto-von-Gierig-Gedenkmal geht es in die Julius-Bremer-Straße in Richtung Elbe-Schwimmhalle. In der Jakobstraße sehen wir das Hochhaus noch im Bau. Weiter geht es zur Wilhelm-Pik-Allee, der heutigen Ernst-Reuter-Allee. Das Bauarbeiter-Hotel in der Regierungsstraße ist ebenfalls noch im Bau. Vorbei am Kaffeestadt Prag biegen wir links in die Karl-Marx-Straße. Höhe Leiterstraße verlassen wir den Minibus. Höhe Leiterstraße suitierte den Beine hier. Höhe Leiterstraße Vielen Dank.